Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in die neue Handelswoche gestartet bzw. werdet auf jeden Fall noch starten. Momentan traden wir um die 39.000 US-Dollar. Es hat sich wenig übers Wochenende getan, deswegen gab es auch keine wirklichen Update-Videos. Ich hatte ja das Video bei Trading on Air, gestern kam ja noch der Crypto-Talk. Wer es noch nicht gesehen hat, gerne nochmal vorbeischauen. Ansonsten, wie gesagt, es hat sich wenig getan, wir hatten wenig Volatilität. Gestern Abend kamen dann zum ersten Mal übers Wochenende wirklich mal ein bisschen mehr Wigs nach unten hin, nach oben, die dann wieder aufgekauft wurden. Wir hatten jetzt nochmal so einen kleinen Rücksetzer bis auf die 38.600 US-Dollar. War dann so ungefähr, um diesen Wig hier drüben zu füllen. Trotzdem sieht es momentan eher leicht bearish aus. Also ich habe zwar gesagt, die Woche wird bullisch, ich halte daran auch erst einmal ein bisschen fest. Trotzdem möchte ich weiterhin nicht diese 37.000 US-Dollar ausschließen. Ist für mich momentan ein wichtiger Anker, sage ich mal, dass wir da auf jeden Fall diesen Support halten sollten. Also dass wir hier nochmal runterkommen, diesen Trend bzw. das 0, 7, 8, 6er nochmal antesten und dann wirklich mit genug Volumen etc. pp. hier wirklich einen Bounce sehen können. Ansonsten bricht dieser Support nachhaltig. Also dass wir hier wirklich einen Daily Close darunter sehen. Ganz ehrlich, dann sehen wir wahrscheinlich nochmal die 32.000 bis 34.000 US-Dollar hier unten. Und dieser Bereich ist dann auf jeden Fall nochmal sehr interessant hier, um abgefischt zu werden. Trotzdem, wie gesagt, wir gehen hier Step by Step durch. Momentan ist es wichtig, die 37.000 US-Dollar zu halten. Wir haben letzte Woche schon mal darüber geredet, über die Möglichkeit, dass dieses Szenario eintreten könnte. Würde vielleicht auch gut kosten, wenn ich das gerade so einzeichne mit einer Inverse Head & Shoulders. Aber das ist echt Zukunftsmelodie. Trotzdem, ich bleibe dabei, die Woche könnte auf jeden Fall bullisch werden. Ich habe mich ja letzte Woche schon dazu geoutet, in Anführungszeichen, dass ich die Woche eher ein bisschen bullischer gestimmt wäre. Trotzdem, 37k halte ich auf jeden Fall für möglich. Würde auf jeden Fall ein tieferes Tief bedeuten. Also wäre für die ganze Struktur nicht wirklich gut. Wir würden dann dieses Tief hier drunten brechen. Momentan sieht es eigentlich noch gut aus, weil wir immer noch höhere Tiefs bilden. Also momentan ist es noch alles im Rahmen. Die 39.000 US-Dollar bzw. das Golden Pocket hat erstmal nicht gehalten. Deswegen nächster Step 0786er. Abtrend wird extrem wichtig. Wir haben RSI relativ weit unten. Wir gucken uns jetzt nochmal einfach auf den Daily-Charter an, ob es da noch irgendwelche anderen Möglichkeiten gibt. Oder ob wir da irgendwas Spezielles sehen. Wir kommen halt dann hier auch hier unten. Man sieht es ganz gut in so eine Daily-Demand-Zone. Die zwar auch schon mehrmals angetestet wurde. Ihr seht es hier drüben. Aber trotzdem wäre auf jeden Fall so, der letzte Support passt auch perfekt mit unserem gelben Abtrend hier bei 37.000 US-Dollar. Also behaltet diese Linie auf jeden Fall im Auge. Ansonsten sieht es wirklich nicht gut aus. Ich möchte nicht das SCH-Wort sagen. Aber ihr seht es auch hier unten auf dem Daily. Diese Wigs nach oben könnten ein bisschen Verunsicherung reinbringen, sag ich mal. Und würden dann auch wirklich dieses Szenario bringen, dass wir nochmal bis 32.000 bis 34.000 US-Dollar runterkommen. Einfach diese Schatten hier unten nochmal füllen würden. Auf den kleineren Timeframes wurden sie gefüllt. Fraglich ist, wie valide ist es dann wirklich noch auf dem Daily? Also wir haben es ja hier drüben gesehen. Hatten wir auch so einen riesen Schatten. Gut, den hatten wir auch auf dem 4-Stunden-Chart. Aber auf dem Daily wäre ich da immer ein bisschen vorsichtig, ob die unbedingt gefüllt werden müssen. Was wir jetzt hier... Wir sehen jetzt auch hier keine Bullish Divergence oder sonstiges. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, 37.000 US-Dollar ist die erste Anlaufstelle. Bricht diese Zone nachhaltig mit einem Daily Close. Also 4 Stunden wären wir da echt zu wenig, weil dann kann es immer noch sein, dass wir ein ganz kurzes Fake-Out nach unten sehen. So wie wir es hier drüben eigentlich hatten. Ihr seht es hier drüben. Wig nach unten. Pump. Wig nach unten. Pump. So. Den Wig nach unten hatten wir bisher noch nicht. Heißt für mich, die Möglichkeit bestünde einfach, dass wir wirklich diesen Wig nach unten sehen. In diese 37.000, vielleicht sogar 36.000 US-Dollar, weil hier einfach ein bisschen mehr Liquidität hier unten bei 36.300 US-Dollar liegt. Nicht ausgeschlossen und dann sofort aufgekauft werden. Vielleicht dann diesen Wig nochmal ganz kurz füllen mit einem doppelten Boden und dann die Reisen nach oben hin fortsetzen. Beziehungsweise erstmal die Reisen nach oben hin bilden. Also das sind so momentan die Möglichkeiten, die ich so ein bisschen im Blick habe. Meine Logonposition läuft noch von 39.700 US-Dollar, auch wenn ich da oben schon mal Profite genommen habe. Trotzdem will ich die ein bisschen nachhaltiger gestalten. Vielleicht dann wirklich bei 37.000 US-Dollar noch mal einen größeren Batzen reinmachen. Stop-Loss ist da immer noch keiner drin. Einfach, ich bin trotzdem, bullish gestimmt, ich kann es nicht oft genug sagen. Trotzdem auf Fake-Outs nach unten hin auf jeden Fall vorbereiten. 36.000, 37.000 US-Dollar ist so die erste Anlaufstelle. Ansonsten 34.000, 32.000 US-Dollar. Aber ich glaube, da reden wir dann vielleicht erstmal ein paar Tage drüber. Heute vielleicht erstmal ein bisschen ruhiger. False-Move-Monday könnt ihr natürlich auch folgen. Wir gehen erst nochmal mit einem deutlichen Wig nach unten. Triggern nochmal ein paar Stop-Losses oder so. So hier unten. Und gehen dann wirklich nach oben. Wird auf jeden Fall eine interessante, denke ich spannende Handelswoche. Werden wir uns auf jeden Fall länger mit beschäftigen. Schauen wir uns mal Ethereum an. Gehen wir aber wieder in die kleineren Timeframes. Hier traden wir momentan bei ungefähr 2.855 US-Dollar. Schlechtes Zeichen, dass wir hier das Golden Pocket nach unten hin durchbrochen haben. Also gefällt mir ehrlich gesagt erstmal nicht. Auch hier deutet es dann eher darauf hin, dass wir doch wie am Samstag im Video angesprochen in Richtung 2.700 US-Dollar, 2.720 US-Dollar kommen. Aufgrund dieses Abtrends hier unten. Wir hätten auch hier drüben noch so ein ganz ganz kleines Void, was vielleicht noch gefüllt werden könnte. Beziehungsweise hier unten bei diesen angesprochenen 2.700 US-Dollar. Also sollte man nicht unterschätzen. Die 2.700 US-Dollar haben auf jeden Fall ihre Berechtigung auch hier dann mit einem möglichen, sag ich mal, kleinen Fake-Out. Vielleicht sogar in den S1 hier bei 2.650 US-Dollar, weil hier einfach mehr Liquidität liegt. Ihr seht es hier drüben. Dieser lange Wig nach oben oder dieser Aufkauf mit diesem kleinen Void wäre eigentlich so eine perfekte Stelle, um hier nochmal Stop-Losses zu killen. Und dann auch hier eine schnelle Recovery zu sehen. RSI relativ weit unten im überverkauften Bereich mittlerweile. Heißt aber nichts. Also wir können hier deshalb weiterhin nach unten fallen. Trotzdem für mich auch hier erstmal ein bisschen Downside angesagt, aufgrund dessen, weil wir hier auch jetzt wieder ein tieferes Tief gebildet haben. Das heißt, unser Downtrend ist auf jeden Fall noch in Gange. Die 4 Stunden E-Mail-Ribbons genauso wie bei Bitcoin weiterhin rot. Schauen wir uns ein paar Altcoins an. Cardano, bearish, nicht gut. Momentan S1, erster Weg drunter. Jetzt momentan, da ist sogar noch Volumen reingekommen. Das heißt, Verkaufsdruck ist auf jeden Fall bei Cardano da. Würde für mich jetzt eher bedeuten, dass wir sogar hier unten nochmal in die Region von 0,82 bis 0,81 rum nochmal runterkommen könnten. Also es sieht momentan einfach nicht gut aus. Long Position auch hier momentan nichts geplant. Schauen wir uns da Lana an. Wurde ja auch des Öfteren gefragt. Wir sind jetzt momentan hier in einer größeren Supportbox hier angelangt. Was nicht gut ist, wir haben unseren gelben Abtrend nach unten hin durchbrochen. Wurden aber hier unten von dieser Supportzone erst einmal aufgefangen. Nächster Support beginnt hier in diesem Bereich bei 94 US-Dollar. Also das wird so die Zone sein, wo ich mir möglicherweise neue Long-Einstiege suche. Beziehungsweise hier unten beim S1 diese 90 US-Dollar. Finde ich momentan ein bisschen sogar besser für einen Einstieg. Hier klingt zwar jetzt echt bearish, nochmal 7 US-Dollar runterzugehen. Aber trotzdem hier unten dieser kleine Liquiditätsbereich wäre einfach glaube ich ein bisschen stärker. Einfach hier um diese letzten, wo wir hier drüben immer Widerstand hatten, wurde dann genau hier zu Support. Genau hier liegt der Monats-S1. Also auch hier sollte wirklich dieses Fake-Out kommen. Würde es mich nicht überraschen, auch hier kurzer Wick zu sehen, um dann eine schnelle V-Shape-Recovery zu sehen. Ausschließen möchte ich nichts. Ihr seht es kurzfristig bin ich erst mal bearish, vor allem am Montag. Den Rest der Woche sehen wir dann, bin ich auf jeden Fall ein bisschen bullischer gestimmt dann. Schauen wir uns XRP an. XRP weiter am Dumpen überrascht nicht wirklich. Also wie gesagt, XRP habe ich gesagt, halte ich mich absolut fern. Sieht auch absolut nicht stark aus. Wir haben unsere Support-Zone durchbrochen. Jetzt wird wahrscheinlich hier auch noch dieser Wick hier unten gefüllt. Also ihr seht es hier gut, dieses Void geht bis ungefähr 0,65 Dollar. Also wir haben hier auf jeden Fall noch Abwärtspotenzial da. Das war das, wo ich schon mal gesagt habe, also es wäre möglich, dass dieses Void auf jeden Fall nochmal gefüllt werden könnte. 0,65 Dollar halte ich momentan im Auge. Das wäre dann so eher dieser Bereich, wo ich sagen würde, okay, ich würde hier vielleicht eine mögliche Long-Position eingehen. Einfach aufgrund dessen, weil die Struktur an sich noch in Gange wäre. Höheres Tief, Höheres Tief, Höheres Tief. Würde dann hier drüben sogar auch noch passen. Auch wenn wir jetzt kurzfristig in diesen kleineren Timeframes erst einmal diese neue Abwärtstendenz haben. Aber trotzdem, übergeordnet, würden wir ein höheres Tief bilden. Wäre erst einmal, sage ich mal, ein gutes Zeichen. Ansonsten, Pattern-mäßig sehe ich hier jetzt ehrlich gesagt auch nichts. Also es sieht alles ein bisschen wild rumgemalt aus. Auch wenn wir hier sagen, Falling Broadening Wedge. Also, ne, gefällt mir ehrlich gesagt nicht so wirklich. Deswegen nehmen wir das raus. Ich bin eher so, momentan 0,65 Dollar. Das ist der Bereich, den ich auf jeden Fall im Auge habe. Aber ansonsten, Litecoin, 100 US-Dollar, auch hier Golden Pocket durchbrochen, 0,786er durchbrochen. Kein gutes Zeichen. Deswegen nehmen wir jetzt einfach das mal raus. Das Fibonacci ist für mich jetzt erstmal invalider erst einmal geworden. Nächste Supportzone wären hier wirklich diese Bereiche um 96 US-Dollar, Worst Case momentan. Also ihr seht, der Altcoin-Markt momentan absolut am Bluten. Gefällt mir auch nicht wirklich. Das war auch der Grund, warum ich letzte Woche gesagt habe, ich halte mich von Altcoins einfach fern. Weil das Potenzial einfach hier, dass wir nochmal runtergehen, weil ich ja gesagt habe, 37k letzte Woche schon, dass das für mich ein bisschen so dieses Extrem-Szenario ist, halte ich mich da einfach fern. Ihr seht es auch hier, 2, 4, 3% Minus einfach bei den Altcoins, während Bitcoin einfach nur 1% Minus hat. Spricht einfach mehr momentan wieder, dass mehr Geld in Bitcoin bzw. aus den Altcoins fließt. Dominanz bei ungefähr 42%. Altcoin-Season kommt irgendwann wieder bzw. die Zeit. Momentan konzentriere ich mich mehr auf Bitcoin, wenn überhaupt noch Ethereum. Ansonsten Finger weg von Altcoins. Ein Senator aus New York erklärt übertriebenen DeFi-Projekten den Krieg. Warum übertrieben? 100, 500, 700 APR. Warum nicht? Nee, Spaß. Wer den Artikel interessiert, wen der Artikel interessiert, ich schicke ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe. Wer noch nicht drin ist, kommt auf jeden Fall vorbei in die Telegram-Gruppe. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen, erfolgreichen, vor allem Wochenstart. Wir hören uns auf jeden Fall morgen früh wieder. Ansonsten lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wenn ihr Bock habt und ich euch ein bisschen nerven soll, aktiviert die Glocke. Ich freue mich drüber. Ansonsten wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Stay Crypto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 25, 26, 27, 27, 26, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 29, 30. Vielen Dank.